Mein Name ist Lea Eichenberger, ich bin Primar-Lehrperson und habe die letzten vier Jahre in Elm im Kanton Glarus gearbeitet. Im Sommer reise ich mit Comundo als Fachperson auf Sambia aus. Ich werde drei Jahre lang in der 2-Millionen-Stadt Lusaka arbeiten. Meine Partnerorganisation heisst Destiny Community School und ermöglicht dem Compound Matero rund 400 Kinder in die Schule zu gehen. Meine Hauptaufgabe in den nächsten drei Jahren wird sie mit den Lehrpersonen zusammenarbeiten und sie bei der pädagogischen und didaktischen Unterrichtsentwicklung zu unterstützen. Mit meinem Einsatz möchte ich einen Beitrag dazu leisten, dass Kinder einen besseren Zugang zu einer nachhaltigen Bildung bekommen und so eine Chance auf ein selbstbestimmtes Leben haben. Natürlich freue ich mich auch auf den Austausch und das gemeinsame Lernen mit den Leuten vor Ort in Sambia. Untertitelung des ZDF für funk, 2017